Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, wir waren hier bei der ersten Inside Mission unterwegs und wir müssen hier unten rein. Allerdings frage ich mich gerade, da sind noch jede Menge Bunker, ne? Ich habe hier irgendwie Einheiten geopfert, keine Ahnung. Mein Hund ist weg, ja, ich habe jetzt nur noch ihn hier, den Mr. Wolkow. Aber der schafft das schon, komm, der schafft das schon. Wenn nicht, dann muss ich das leider nochmal laden. So, da ist noch ein Bunker, warum ist da noch ein Bunker? Oh Gott. So, okay, sehr cool. Jetzt muss ich allerdings mal überlegen, was ich hier machen muss. Weil da ist ein Bunker, da sind Bunker. Äh, irgendwas ist da gerade komisch. Wir haben ein Zeitlimit von 40 Minuten, das passt. Da ist ein PC. Der macht nix. Okay, warum macht der denn nix? Ja, ist ja gut. So, was haben wir hier? Da gehen wir wieder zurück, ne? Ja, so langsam aber sicher deckt sich auch die Karte hier wieder auf. So, da oben haben wir noch einen Computer. Keine Ahnung, was der macht. Auch nichts. Kann ich die nur mit dem Hund aktivieren, oder was? Kann ich die nur mit dem Hund aktivieren? Das wäre kacke. Ach, nee, nee. Jetzt sind wir wieder an dem Anfang hier. Okay, okay, ich verstehe. Alles klar. Nee, das passt schon so. Die habe ich am Anfang schon aktiviert gehabt. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Da ist ein Alarm im Hintergrund, der ist aber anscheinend erstmal egal. So, da kommen ein paar Männiken. Auf die werde ich erstmal warten hier. Wo bleibt ihr? Die kommen gar nicht. Ach so, die kommen gar nicht hier hin. Ja, okay, dann. Hier hinten ist noch ein ganzer Bereich, ne? Und ja, liebe Leute, geht's euch gut? Ich bin jetzt hier in der nächsten Inside-Level-Mission und hab hier zu kämpfen. Aber ihr hoffentlich nicht. Ihr schaut es hoffentlich gerne und seht, wie ich hier meinen Spaß hab nach der schweren Zeit. Und ja, muss auch mal sein. So, liebe Leute, dann macht diese Wissenschaftler da mal platt. Und dann können wir jetzt hier irgendwas aktivieren. Oder das sind einfach nur PCs, die da rumstehen. Geht natürlich auch. So, was war das? Das hat mir jetzt nicht viel gebracht, ne? Oh, schau mal da. Infiltrieren Sie das Forschungszentrum? Ja, dann mache ich das doch. Dann mache ich das doch. Da muss ich hier rein, statt da unten. Okay, interessant. Ja, dann gehen wir da rein. Vollgeheilt. Pläne werden gestohlen. Sehr gut. Lösche alle Taten. So, hoffentlich auch mit Backup. So, da kommen die nächsten Manneken. Die mache ich aber auch platt. Die Bunker sind weg. Sehr gut, Leute. Die Bunker sind weg. Ich weiß, was ich machen muss. Ja. Sehr gut. Schieß du mal drauf da? Was soll das denn? Läuft ja einfach an denen vorbei. Oh, das ist wieder... Guck mal, den Konker-KI, ey. Also wirklich. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das danach noch nicht vorbei ist. Weil hier ist noch ein Bereich, wo ich noch hin muss, ey. Shit, und die Zeit wird langsam knapp. 33 Minuten? Das ist... Nicht viel. Sage ich mal so. Nicht viel. Und... Ja. Dann würde ich mal sagen... Geht's mal weiter? Wenn jetzt hier ein Bunker kommt, ne? Also dann... Das ist... Ja. Das wäre richtig gemein vom Spiel, aber kann ja nicht. Ich habe die schon platt gemacht. So, da sind die Manneken da. Jetzt schießt die kaputt. So. Bevor die dich platt machen, Mensch. So. Leute. Ja, der Schitzkoi, der ist leider schon weg. Ähm. Ja. 31 Minuten. Ich gehe noch mal ein bisschen hier hin. So viel Zeit muss sein, so. Okay. Oh, was ist das denn da? Da ist noch ein Computer. Geh da mal bitte hin für mich. Hier waren ja die Einheiten, die ich, äh... Ja, planlos, äh, geopfert hab. Ist das denn schon? Kirche schon wieder. Oh, da sind noch... Oh, okay. Kommt die denn auf einmal her? Die kamen aus dem Nichts. Okay. Ach, dieser geile Soundcheck, ja. Der heilt sich? Habt ihr das gesehen? Der heilt sich geil. So, was haben wir hier? Nichts. Okay, alles klar. Ach, diese geile Mucke. Ja, Mann. So, und rein da. Gehen Sie schnell. What? Was ist das denn für ein Fahrzeug? Gehen Sie schnell. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Das sieht ja witzig aus, das Ding. Noch nie gesehen, dieses Fahrzeug. Okay. Äh, ja, aber wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Soll ich wieder zum Startpunkt? Weil da sind doch die Panzer und die schießen jetzt, oder? Gehen Sie schnell. Ja, aber wohin gehen? Leute, wohin? Da! Okay. Da hinten. Ach, du heilige. Drei Panzer. Äh. What? Von wo? Von wo, Leute? Ach, da muss ich hin. Okay. Aber ich frage mich gerade, wo meine Verstärkungen gerade kommen. Äh. Wo denn? Wo denn, Leute? Das kann ja auch nicht sein. Die werden gleich schießen. Das ist, ja. So sicher wie das Arme in der Kirche. Aber wo ist... Wollt ihr mich verkack eiern? Wo ist... Ähm. Leute? Da war ein Sprengwagen. Keine Ahnung. Probier das einfach. Ich hab keine Ahnung, ob die Verstärkung sein soll. Pff. Kein Plan. Nein, fahr doch nicht da hinten hin so. Ja, die schießen jetzt natürlich, ne? Aber hey, ich kann schießen. Ja, aber die haben Mechaniker, das ist blöd. Schön drüberfahren, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ah. Ja, der Gummipanzer, der macht mich jetzt platt. Oh Gott. Oh Gott. Boah, ist das spannend. Moment. Ja, scheiße. Fuck. Scheiße. Gut, aber ich weiß... Keine Ahnung, wo die Verstärkung kommt, aber ich weiß, wo ich hin muss. Das ist ja auch schon mal was. Das ist doch auch schon mal gut. So. Gut, dann wurde ich jetzt ein bisschen zurückgeworfen, tatsächlich. Aber nicht schlimm. Was ist denn da draußen los, Leute? Irgendwo komische Musik da. Naja, gut. Okay. Da ist dieser Bunker, okay. Ich muss nach oben rechts. Ah, jetzt wurde ich natürlich voll zurückgeworfen, ne? Ist klar. Leute, verdammt. Egal. Gut. Jetzt habe ich aber zumindest meinen Hund noch. Oh Mann, in drei Folgen nur zwei Missionen. Aber ja, was soll ich machen? Ich kenne diese Mission halt nicht. Also irgendwie ist das da komisch. So. Geht ihr mal bitte da oben hin? In Ordnung. Jetzt haben wir hier unten das Tech-Zentrum. Genau. Das Forschungszentrum. Sehr, sehr schön. Mit dem Hund. So. Sehr gut. Dann sammelt euch mal da und geht rein. Nein. Zack. So. Sehr schön. Pläne wurden gestohlen. Lösche alle da. Ach, dieser blöde Stromausfall, ne? Notfallgenerator online. Perfekt. Sehr, sehr gern. Das heißt aber auch, hier oben muss ich nicht mehr hin. Sehr, sehr gern. Ne? Das ist auch schon mal gut. So. Aber warum kommt denn jetzt eigentlich kein Timer? In Ordnung. Ist auch interessant, ne? Warum jetzt kein Timer kommt. Sofort. In Ordnung. Na gut, egal. Sehr, sehr gern. Jawohl. Würde sagen, ich muss ja nach links unten hier, ne? Die Einheiten, die stehen da noch. Vielleicht kann ich die ja retten. Vielleicht kann ich die ja ausnahmsweise mal retten. Wer weiß. Äh, nun. Irgendwie nicht. Shit. Ja gut, egal. Aber die Mission ist ganz cool eigentlich. Also das Ziel, das ist auch klar. Man muss einfach weg, aber wenn man es halt das erste Mal spielt, ist es halt nicht klar, das Ziel. Deshalb, ja. Nehmt es mir nicht übel, dass ich da jetzt nochmal neu laden musste, aber das ist halt Trial and Error. Mit der Mission hier. Die habe ich halt noch nie gespielt. So. Einfach zack, zack, weg. So. Diese PCs hier, die bringen gar nichts. Ist okay. Ich muss halt jetzt Schritt für Schritt hier nochmal die Karte erkunden. Läuft ja noch kein Zeit-Count. Was habe ich eigentlich hier? Ach so. Ach, hier ist so ein Optionsmenü. Auch nach ungefähr 30 Stunden C&C finde ich raus, dass hier ein Optionsmenü ist. Das ist auch gut. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, versuchen wir da... Oh, ist der weg? Das Panzer in Ruhe. Der ist weg. Sehr gut, Leute. Da ist aber ein Manneken. Noch ein Manneken. Noch ein Manneken. Noch ein Manneken. Schatzkoi. Schatzkoi. Das sieht aber gut aus. Das würde ich nochmal speichern. Mission 10 Add-on. So. Und. Ja, erkunde das einfach hier. Da ist sowieso noch ein PC, den wir aktivieren können. Oder auch nicht. Shit. Egal. Gut, wir müssen also hier nach unten rechts dann gleich. Okay, liebe Leute. Ja, und auch indem wir das eben fast geschafft haben... Machen wir es jetzt vernünftig. So. Das Manneken ist weg. Sehr gut. Das nächste Manneken. Das war einfach Glückstreffer jetzt gerade hier. Einfach hingeklickt und dann kam da auf einmal ein Manneken. So, kann ich die hier jetzt irgendwie retten? Jawohl. Ohne dass die diesen scheiß Dampf hier aktivieren. Nein. Nein. Es ist unmöglich. Unmöglich, die zu retten. Verdammt nochmal. Ach, Mann. Egal. Ich hätte die gerne mitgenommen, aber... Irgendwie... Irgendwie... Irgendwie wollen die nicht, dass ich die mitnehme. Ja, gut. Keine Ahnung. Egal. Oh, der Hund, der kann die platt machen da. So. Alles klar, Hundi, kommst du mal runter, bitte. Sofort in Ordnung. Sofort in Ordnung. Dann können wir ja hier... In Ordnung. Noch ein... Oh, glaube ich, platt machen, ne? Das hat sich so angehört, ja. Ja, perfekt. Perfekt, Leute. So. Und wunderbar. Ohne Schaden, das Ganze. Perfekt. So. Wunderbar. Was passiert denn jetzt, wenn ich einen Hund mit da reinschicke? Der Hund bleibt hier, okay. Gehen Sie schnell, Sie wurden entdeckt. Ja, 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 ja. Ich hau ab. Ich hau schnell ab hier. So. Warum ist der Bunker noch da? Warum ist der Bunker noch da? Das wundert mich jetzt. Hier ist nur die Heilkiste, ja. Keine Ahnung, also... Oh, shit. Okay. Äh. Die Männchen kann der Hund platt machen. So. Ach, du Scheiße, Leute. Da sind die Panzer. Das wird nämlich jetzt gleich, äh, heftig. Okay. So, wo sind diese Verstärkungen? Nein, 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 nein. Hört ihr auf. Tja, hört ihr auf. Ich würde gerne wissen, wo diese Verstärkungen sind eigentlich hier. So, Einstein, mach den mal platt. So. So, das ist die Kernschmelze hier, okay. Ach, von da kamen die. Ja, okay. Äh. Das geht ja dann noch. So, komme ich hier irgendwie anders rein? Ja, kann ich hier oben. Alles klar. Mich wundert jetzt nur echt, äh... So. Warum dieser Bunker dann noch da ist, ne? Hey, Panzer gegen Hund. Wie unfair ist das, Leute? So. Dann hier. Ach, du Scheiße. Was macht ihr denn da? Verdammt nochmal. So. Ja, jetzt habe ich schon wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es doch... Ah, ich habe es doch gespeichert. Ah, das ist so eine Kack-Mission. Das ist so eine Kack-Mission. Ich sage es euch, Leute. Sieht einfach aus, aber ist nicht einfach. Definitiv nicht. Leute. Ich kann jetzt vielleicht meine Verstärkung retten. Kann ich, ja. Oder? Ja, kann ich. Sehr, sehr... Oh, nein. Scheiße. Ja, wobei, doch, doch, doch. Mach den platt, komm. So. Warum geht dieser Bunker nicht kaputt? Ich meine, da unten brauche ich den Hund eh nicht. Ne, dann... Ja. Keine Ahnung. So, stell den Hund mal da oben hin. Versuch's jetzt nochmal, die zu retten. Ich darf da aber irgendwie nicht rein. Nö, die gehen immer kaputt. Ja. Dann keine Ahnung. So. Der Computer, da macht ja nix. So. Okay. Dann können wir nochmal hier runter. Dein Hund beeil dich mal. Ich finde das ja so geil, wenn man den angreifend schickt, dann ist der schneller. Dann sprintet der Hund nämlich so geil. Schaut mal. So. So. Dann. Leckerli. So. Alles klar, Leute. Dann hoffe ich mal, dass ich in dieser Folge zumindest diese Mission hier hinkriege. Ne? Wir haben noch sieben Minuten. Äh, pff. Ja. So. Das, das war der letzte Bunker hier. Heilkiste mitnehmen. So. Und dann lieber noch was speichern. Mission 10. End. So. Perfekt. So, dann haben wir hier. Die Bunker sind doch weg, oder? Ja. Die Bunker sind weg. So. Alles klar. Kannst du hier rein und der Hund, der kann mal wieder hier hinten hin. Ja, Sir, in Ordnung. So. Wenn dann jetzt gleich nämlich mal eine Verstärkung kommt. Gehen sie schnell, ja. Na dann, hier. Zack. Wenn jetzt gleich hier unten rechts die Verstärkung kommt, dann, äh. Ach, dann macht diese Manneken mal platt hier. So. Nein, aber was machst du da? Gehen sie schnell, ja. So, jetzt müssen gleich hier Verstärkungen kommen. So, jetzt. Hä? Warum kommen jetzt keine Verstärkungen? Das verstehe ich nicht, Leute. Das ist so mysteriös. Jetzt. Die Verstärkungen sind eingetroffen. Ähm. Ähm. Hä? Von wo denn? Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, hier. Oh. Der ist rausgefahren. Was soll das denn? Der ist einfach rausgefahren. Der ist einfach rausgefahren, der Penner. Was für ein Kameradenschwein. Ah. Schafft der das? Der schafft das vielleicht sogar, hä? So, jetzt kommen da alliierte Truppen raus. Warum? Noch ein Bunker. Noch ein Bunker. Das schaffe ich doch nicht. Pfff. Hä? Ach, Leute. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt jetzt nicht mehr wahr, Mann. Verdammt. Nö, aber diese Mission, die mache ich jetzt noch, Leute. Das ist, äh... Geh du da rein, so. Dü, 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 dü. Was bringt dieser Computer da? Was bringt der? So, sie wurden entdeckt. Okay. Fahrzeug wird eingeschaltet. Auch nicht schlecht. So, gehen sie schnell. Aber wohin soll ich denn gehen? Pff. Ich hab keine Ahnung. Heh. Oh, Mann, ey. So. Noch die Manneken platt. Blöder Hund. Ah, nee, guter Hund, aber blöde Manneken. So, dann. Der schafft ihn, ne? Ach, dieser blöde Mechaniker. Das ist das Problem, ey. Leute, das geht doch nicht. Das geht nicht. Hä? Hä? What? Die Inside-Mission, ey. Ich hasse sie. Ich hasse die blöden Inside-Level hier. Und wenn man nicht weiß, worum man hin muss. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. So. Und du gehst mal direkt nach oben. Weil das bringt ja nichts, wenn du da unten bleibst. Warum dieser Bunker noch da ist, ne? Das verstehe ich nicht. Gehen sie schnell, ja. Toll. Jetzt habe ich ja wieder diesen Panzer, der nichts aushält. Und jetzt irgendwie gucken. Ja. Keine Ahnung. Macht die drei Manneken platt. So. Diese Verstärkungstruppen da, ne? Die sind auch so komisch. So. So. Dann muss ich da irgendwie mit den Verstärkungstruppen arbeiten. Aber... Der Einstein da weg. Genau. So. Gehen sie schnell. Alles klar. Kann der Hund ja diesen Mechaniker killen. So. Verstärkungen. Kommt nicht. Okay. Und. Kill den Mechaniker. Du sollst den Mechaniker killen. Hund. So. Schickskoll ist platt. Was macht der da? Naja. Keine Ahnung. Gut. Ähm. So. Dieser Gummipanzer. Der macht ja auch keinen Schaden, der Panzer, ne? Das ist so bescheuert, Leute. Diese Verstärkung, die waren... Die verschwinden auch einfach. Ja, natürlich. So. Ja, das geht doch nicht. Ey. Das kann's doch nicht sein, Leute. Wirklich. So. Mach diesen Bunker platt. Da kommen jetzt nämlich gleich ein paar Maniken. Und, äh... Ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber coole Einheit. Die hab ich noch gar nicht so gesehen. Machst du den Maniken mal platt? Das ist ja wohl nicht wahr. Was ist das hier eigentlich? Warum kann ich da... Ja, die... Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Was soll ich da machen? Muss ich da irgendwie anders rum? Oder sonst muss ich nochmal gucken? Die Folge ist voll, ne? Scheiße. Aber, ne. Aber ich will die Mission jetzt noch schaffen. Ich hatte es doch eben fast. Ich muss da vielleicht nach oben hin oder so. Keine Ahnung. Ich muss da vielleicht nach oben hin. Ja, tatsächlich. Aber wo denn? Da ist doch nichts mehr, oder? Oder ist da oben noch was? Das ist so ein PC, der den Computer, äh... Der den Bunker hier platt macht oder so. Gut. Dann... Geh du mal bitte weg. Mach du mal diese drei Maniken platt. So. Hallo? Gehst du mal aus der Range raus? So. Ist da noch was da oben? So. Dieses... Dieses Fahrzeug. So geil. Aber warum kann ich da, äh... was aufmachen oder so? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der da unten erstmal sicher. So. Liebe Leute, aber irgendwas muss ich mit den Verstärkungstruppen machen. So, Verstärkungen. Da passiert wieder nichts. Hier oben ist doch noch... Aha, nein. Das ist eine Sarkassa gewesen. Ja, toll. Verstärkungen sind eingetroffen. Da ist es doch. Warum fährt er wieder raus? Das ist komisch, ey. Wirklich. Hier vielleicht... Hier kann man nicht irgendwo diesen Bunker platt machen, ne? Das ist doch... Das ist doch mal wieder Mist, ey. Wirklich. Was hat sich das Spiel dabei gedacht? Was hat sich das Spiel dabei gedacht, Mann? Ich kann nichts machen. Das sind einfach zu viele Einheiten da. Oder... Pfff... Keine Ahnung. Ich muss versuchen, diesen Mechaniker da zu killen. Ne. Ne. Äh... Wo rennst du hin, Mechaniker? Geil. Dann kann ich ihn ja platt fahren vielleicht, ne? Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Oder halt den Panzer hier abschneiden. Ah, nee. Ne. Scheiße. Raus da. Ach, Gott. Nein, raus. Na, toll. Schon wieder ein bisschen Energie weg. Toll. Wirklich super, ey. Scheiße. So. Ja, toll. Natürlich. Hä, nein, ey. Das kann ich doch jetzt vergessen. Das kann ich doch jetzt total vergessen. So, der Mechaniker ist platt gefahren. Ja, aber... Wenn die mich mal durchlassen würden... So, jetzt. Das ist zu wenig Energie. Der nächste, der kommt, der macht mich platt. Ja, da kommen noch mehr Einheiten. Toll. Das reicht wieder nicht. Das reicht wieder nicht, Mann. Ne? Das ist doch das Scheiße. Gut, glaube ich so. Ähm, ich würde sagen, ich gucke kurz in einem Guide, weil das ist ja unmöglich. Und da würde ich sagen, äh, ja. Würde ich mal sagen, bis gleich, ne? Oh, Mann. Gut. So, Leute, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich habe jetzt in einem Guide nachgeguckt und man muss tatsächlich einfach nur schnell sein hier. Ich verstehe schon. Also, so wie wir es gemacht haben, war es eigentlich richtig. Schon, ja. So, wie wir es gemacht haben, war es richtig. So, und den Hund muss ich einfach hier hinten stehen lassen. Oh, Mann. Ja, wir müssen einfach nur schnell sein. Okay. Also, einfach abhauen. So. Gut. So. Nicht daher, das ist viel zu langsam. Na ja, gut, komm. So, gehen Sie schnell. Gut. Die Mannigen einfach platt fahren. Ja, oder die ignorieren mich. Das ist natürlich auch gut, wenn die mich ignorieren. Ähm, ja. Einfach da oben. Einfach direkt durch da. So. Einfach gar nicht erst den Weg hier blockieren lassen. Irgendwie muss man das... Da muss man einfach nur durch. Da muss man jetzt einfach nur durchfahren, Leute. Der Bunker war nämlich weg, wie ihr seht. Und jetzt einfach hier rein. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. So, da kommen die Verstärkungen. Da ist mein Sprengwagen. Jetzt kann ich den auch komischerweise kontrollieren. Und ich schaff's aber trotzdem nicht. Ich schaff's aber trotzdem nicht. Ah, verdammt. Ah, ja, ja. Okay. Dann muss ich das anders machen. Dann muss ich da mit dem Sprengwagen ein bisschen was spielen. So, liebe Leute. Weil ich hab nämlich in dem Guide gesehen, da ist er auch direkt durchgegangen. Und, äh, ja. Aber ihr seht, der Bunker, der war weg. Das ist, weil der Hund halt hier stehen geblieben ist. Gut. So, habt ihr es gehört. Der Bunker ist weg, Leute. Gut. Okay. Dann einfach hier oben hinfahren. Was ist das denn so schwer? So, einfach schnell hier raus, Mann. Gut. Dann würde ich sagen, mach ich auch schon die, äh, Aufnahme-Session. Wenn ich das jetzt bald mal geschafft habe hier, mach ich die Aufnahme-Session mal weg. Äh, beziehungsweise beende ich die Session. Einfach da durchfahren. Nicht stehen bleiben, Leute. Nicht stehen bleiben, Junge. So. Einfach weiterfahren. Einfach geradeaus weiterfahren. Oh, das sieht besser aus. Leute, das sieht besser aus. Schaut euch das an. Wir schaffen's. Wir schaffen es. Fahr doch! Warum ist der Trottel da stehen geblieben, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah. Oh, Gott sei Dank. Boah, ist der Trottel da noch stehen geblieben, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, aber wir haben die Scheiß-Mission. Also, das war tatsächlich der Weg. Boah, ey. Mann, Mann, Mann. Woher soll man das denn auch wissen, ey? Das ist denn so wirklich. So. Der letzte seiner Art. Bonus-Galerie abschließend Frankreich. Alles klar, Leute. So. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben diese Scheiß-Mission. Boah. Gott sei Dank. So. Bonus-Galerie noch. Ohne Spoiler. Ohne Spoiler. Da ist schon wieder dieses interessante Fahrzeug. Und eine weiße Map. Naja, gut. Gut, Leute. Bonus-Galerie. Eine radikale Funkgrube im Inneren. Verschiedene Digital Audio Tapes aus dem Westwood-Archiv. Frank hat sie durchgestöbert, aber keine wichtige C&C-Aufnahme entdeckt. 3. Januar 2019. Ein Lagerschrank bei Elektronik-Arzt. Was wir Ihnen jetzt entdeckt. Okay. Liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Mission ist Probefahrt. Interessant. Gut. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.